Freunde, heute wird ordentlich einer weggewandert und wir sind in einem Parkhaus. Hab ich auch selten erlebt, dass man in einem Parkhaus extra für diese Wanderroute startet. Das ist ja, weil ich auf Skigebiet. Skigebiet, ah stimmt. Toiletten. Wir sind übrigens top vorbereitet, wir haben praktisch Snacks bis übermorgen dabei. Ich hab jetzt schon das Gefühl, underdressed zu sein. Die haben alle sowas vor dem Hals. Hier sind Buffs, Buffs. Das habe ich nicht. Aber es sind halt auch viele Wanderer da. Ich glaube, das wäre in der Corona-Zeit einfach so ein Ding, man denkt, wandern ist ja eigentlich perfekt. Ja, wollen wir mal gucken. Wer sich jetzt denkt, wo sind die denn überhaupt? Wir sind am Feldberg im Schwarzwald. Der Feldberg ist der höchste Berg Deutschlands außerhalb der Alpen. Ich glaube ungefähr, wie hoch ist der? 1400? 1470. 1470 oder sowas, ja. Da fährt auch eine Gondel hoch, aber wir laufen hoch. Aber wir starten auch schon bei 1000 Meter oder so. Also es ist jetzt nicht so der krasse Anstieg. Wir haben noch nicht mal angefangen und wir haben schon Probleme irgendwie den Weg zu finden. So, wir haben jetzt die Strecke gefunden und starten jetzt unsere Wunder. Können wir mal wertschätzen, dass ich einen Rucksack trage? Das gab es auch noch nie. Ich bin für die Snacks verantwortlich. So, was haben wir alles dabei? Wir haben Hummus. Ich habe mir eigentlich Bulgursalat gekauft oder wir, aber ich habe vergessen, Löffel nach Löffel zu erfragen. Drei Schaffeln, Sesamkräcker, zwei Riegel, Bananen. 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 Erster Anstieg. Ich habe das Gefühl, wir sind einfach nicht bunt genug angezogen. Wir sind einfach auch zu dunkel. Obwohl deine Schuhe, die passen schon am ehesten. Die sind abgesegnet. Ich bin selten irgendwo gelaufen, wo es sich so anfühlt, als wenn man auf einer Beardloin Strecke oder so. Man überholt ständig irgendwie Leute. Oder wird überholt. Bis jetzt haben wir nur überholt. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall ist er sehr gut ausgeschildert. Man kann das ja alles nicht verfehlen. Aber ich weiß nicht, ob das, was man am Wandern so mag, in so einer kleinen Pfad und so, ob das ja alles kommt. Ich bin sehr gespannt. So, Naturschutzgebiet Feldberg. Drohnen verboten. Deshalb lasse ich es hier auf dem Rucksack. Ich wusste nicht genau. Ich habe es ja fast erwartet. Aber geht auch ohne. Schon die Etappe hier ist richtig schön. Das ist so eine ganz spezielle Vegetation. Und es ist so viel los, aber man merkt das hier gar nicht so. Ich bin gerade so froh, dass es am Anfang schon so ein Anstieg ist. Jetzt sind meine Hände warm. Ich bin warm. Ich brauche mir keine Gedanken machen, dass ich irgendwie friere. Das war meine Befürchtung. Ich friere nämlich sehr schnell. Und hier sieht man schon die Bahn, die hier ankommt. Ich weiß nicht, das ist auch für Skigebiete. Ah, genau. Das ist die Pisti. Ja. Also, Leute, genießt die Aussicht. Job, oder? Aber wir sind jetzt, ist das oben? Ja, ne? Und der erste Anstieg ist geschafft. Wie man bei mir wahrscheinlich sieht. Aber trotzdem. War cool. Ja. Der Nachteil so ein bisschen, wenn man wandert, wenn es kalt ist, ist, ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht irgendwie mal länger irgendwo hinsetzen. Weil dann kühlt man so schnell aus. Und wenn man irgendwie im Sommer wandert, dann ist es immer ganz nett so, sich mal auf eine Bank zu setzen, mal was zu essen. Aber du bist halt auch schwierig angezogen. Naja, wenn ich laufe, bin ich gut angezogen. Wenn man sich hinzusetzen, braucht man halt die richtige Kleidung. Das ist auch vielleicht das Zwiebelprinzip. Beim Berg aus, Berg runter wieder anziehen. Und beim Sitzen auch anziehen. Und ich finde halt im Sommer, sagen wir Sommer will ich nicht, aber so Frühling, dann fängt halt wieder alles an grün zu werden. Und ich finde dafür, blöd gesagt, jetzt wollen wir auch gerne Fotos machen. Irgendwie so den Herbst wahrscheinlich. Mitunter am geeignetsten, weil die Farben einfach voll schön sind. Das erinnert mich irgendwie so an so eine Steppe, an so eine Tundra. Sorry, jetzt einfach Moody, Herr der Ringe, ass fuck. Wo sind die Urukai? Bilbo und Frodo. Nee, Bilbo. Oh nein. Der Bilbo ist da nicht. Frodo und Sam. Sam was ganz schön. Auf dem Weg. Oh, ich habe die neuen Gefährten entdeckt. Ich habe die neuen Gefährten entdeckt. Da. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das eben der höchste Punkt war, oder ob der höchste Punkt da vorne ist. Da vorne ist auf jeden Fall so eine Art Wetterstation und so ein Funkturm dabei. Das kann natürlich, das ist halt da wo die Gondel halt einfach endet. Das muss ja nicht unbedingt der höchste Punkt sein. Und wir haben so Glück, dass kein Schnee liegt. Wir haben so ein bisschen Angst davor, dass es schneien könnte. Und dafür wären wir echt nicht ausgestattet gewesen. Aber so ist es ideal. Nur so vereinzelt mal irgendwie ein bisschen Eis. Also irgendwie erinnert mich die Wetterstation an den Fuchsbau. Noch ein Funfact. Wir laufen diesen Wanderweg, den wir vor ein paar Monaten laufen wollten. Weil ich nach Wanderwegen bei uns in der Nähe gesucht hatte und da war Feldberg. Da habe ich gedacht, das wäre der, bis wir losfahren wollten. Und dann gemerkt haben, obzala, das ist nicht der Feldberg bei Frankfurt. Es ist der Feldberg. Ja. Schwarzweiß. Und wir dachten so, boah, Wasserfall und so. Ja, richtig schön, ja. Jetzt sind wir aber hier. Nächstes Mal muss ich mir auch ein Stirnband oder so mitnehmen. Für meine Ohren. Ich könnte ja auch eigentlich meinen Schal, aber mir wird ja immer so scheiße Heißbräle. Und mit Mütze habe ich gemerkt, fühle ich mich so richtig krass isoliert. Okay. Also dass ich das so, alles so gedämpft nur, nur wahrnehme. Also irgendwie glaube ich, dass es bei dem ganzen Thema nicht um die Weidetiere geht, sondern um den Tourismus. Dass ich einfach denke, okay, wenn sich hier wieder Wölfe ansiedeln, dass viele dann sagen oder ein Teil dann sagt, oh nee, da traue ich mich dann nicht hin. Ich habe irgendwie Angst vor Wölfen oder keine Ahnung was. Ein großer Punkt glaube ich, weil es da wieder um Geld geht. Wie, das waren sie. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das waren die neuen Gefährten. Das ist halt auch voll, ich glaube, das war ein richtiger, also ohne das Böse, so ein Männerschwolling. Die Männer, die so halt mountainbiken und quatschen können. Das hat so ein bisschen was von Motorradtour machen halt auf dem Fahrrad. Das war aber auch geil. Ich glaube, das ist ein kleines Lebensgefühl, aber wirklich mit Sport verbunden. Ich glaube, ich habe falsch navigiert. Oh, ich glaube, ich höre es rauschen. Ja, jetzt erst? Ja. Ich habe ja auch die Mütze auf. Ja, wahrscheinlich wegen der Mütze. Ja. Oh, überall diese roten Bären. Das ist so schön, gell? Ja. Wahnsinn. Das ist echt ein toller Weg und macht Spaß irgendwie zu gehen. Und man sieht auch Familien mit Kindern. Also man kann das auch mit Kindern machen. Vielleicht jetzt nicht jeden Wanderweg hier, aber einige. Also wir sind gerade hier in Fahrt. Man muss, glaube ich, echt trittsicher sein teilweise, weil man kann ja echt gut den Abflug machen. Deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, dass ich mir meine Wanderschuhe oder Trailschuhe mit meinen Kontinentalsuchen gekauft habe. Also die Strecke ist super wandelbar. Ja, man hat gerade jetzt im Herbst so das Gefühl, man kommt so aus dem Grün raus in das Herbstliche. Also ganz viele schöne Farben. Und das ist super, super cool. Kein Erflich. Aber irgendwo müssen wir wohl nur Tattoilette sagen. Ich sage nicht. Ich trink mal einen schönen Glühwein. Ich war eigentlich nur auf die Toilette. Oh, warte. Sind wir richtig? Ich glaube schon. Wo es runter geht, geht es auch wieder hoch. Und hoch auf den Feldberg wieder. Ich muss sagen, ich finde es gerade ganz gut, weil meine Hände kalt sind durch den ganzen Abstieg. Es war einfach nicht anstrengend und jetzt geht es wieder hoch und wir werden wieder warm. Kalt gut? Ja. Ja. Anstrengend. Krass. Ja. Es ist immer das Gemeine, wenn man so weit runter läuft und dann wieder hoch. Die Anstiege sind aber nicht so böse, ne? Die sind immer relativ kurz. Ja. Ja. Dass das gut scheint. Ja. 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 Ich... Ich frage mich immer... Es kommt auch nicht was raus aus dem Rucksack, du fragst... Ich frage mich immer, wenn man doch pinkelt, warum braucht man Toilettenpapier unbedingt als Frau? Geht doch auch mal ohne. Und wenn nicht, wie so nimmt man nicht eine kleine Plastiktüte mit oder so und tut dann das da rein und nimmt das mit. Zeit für Päuschen. Ich würd auch sagen, ich hab Bock auf Verlassen. Wir sind gestärkt und jetzt geht es weiter. Schöne Vegansriegel. Und die Hälfte haben wir ungefähr, oder? Mhm. Also voll schön bisher, richtig schön. Am Anfang hat man immer so das Gefühl, wow, das sind voll viele Leute. Aber das verläuft sich halt total auf so einer Strecke. Ja, wir haben ein Feldwerk, wo wir direkt am Feldwerk gestartet. Da war halt natürlich viel los. Aber hier ist es gerade so kalt. Wir müssen uns wieder bewegen, einfach weil wir so lange gesessen haben jetzt. Man muss halt ein bisschen aufpassen, weil es ist halt nass gerade. Aber diese ganzen Wege sind so klein und das Ganze grün drumherum. Und die Wurzeln von den Bäumen und so, das ist alles total, das macht total Spaß. Ich weiß nicht, sowas hat man einfach nicht so im Wald. Das stimmt halt wirklich. Und so Wege, das gibt es halt nicht bei uns. Und deswegen ist das so, ja so richtig krass. Weil es echt so eine richtige, so eine Moonshot, so ein bisschen Schneewitschi-mäßig oder so. Ja, ja, ja. Der Baum, finde ich krass. Boah, ja. Wir können das mal reden. Hier. Also das war wirklich die bis jetzt schönste Etappe. So schön wie so eine Schlucht, wo wir ganz viele Wurzeln und immer am Bach entlang. Wie so eine kleine Kletterpartie auch. Oh, ich hoffe so sehr, dass es jetzt wieder hoch geht. Und meine Hände sind eiskürzbar. So, Endspurt. Die letzten vier Kilometer nur noch zum Feldberg-Gipfel. Aber es muss ja jetzt immer wieder hoch gehen. Und da sind wir jetzt gerade. Ein schöner Aufstieg. Ja, wir sind zurück. Nein. Ja. Da ist noch ein Arschloch. Okay, das war doch noch nicht der Aufstieg. Das war praktisch eine falsche Information der App. Oder kurz falsch gelesen. Aber nicht schlimm. Haben wir zusätzlich einen kleinen, kleinen Anstieg, ja. Ganz da oben. Ist schon dieses kleine Gipfelmonument zu sehen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir sind gerade am Feldbergsee, ne? Ist auch krass. Wahrscheinlich konnte man da heute Morgen, als wir da oben waren, auf dem Feldberg, den konnte man bestimmt durch den Nebel nicht sehen. Und jetzt ist es halt ein bisschen aufgekratzt. Deswegen können wir wahrscheinlich hoch gucken. Ich muss gerade mal wieder meine Schuhe ein bisschen fester binden, glaube ich. Aber richtig schön. Und vor allem so krass, wie die Farben von den Bäumen auf den See sich widerspiegeln. Habe ich so krass noch nie gesehen. So, das ist jetzt der letzte Abschnitt der Wanderung. Der letzte Aufstieg wieder hoch zum Gipfel. Ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind wieder an der Bahn. Feldbergbahn. Also der hat jetzt, ich glaube, so einen Kilometer, der ging nochmal hoch. Ja. Wie man gar nicht untererkennen kann. Aber es ging tatsächlich nur. Ich fand auch, es hat Spaß gemacht durch die ganzen Tritte und so. Dass man immer suchen muss. Genau. Und hier war echt ein richtig schlimmer Weg. Falls es das Ende ist. Bestimmt. Kleiner Tipp noch. Hier ist direkt am Ausgangspunkt der Wanderung ist eine Bushaltestelle. Und die Busse fahren dann in regelmäßigen Abständen von Tittichsee Bahnhof und von Zell. Und ja, hätten wir das gewusst dann, wären wir vielleicht auch mit dem Zug und mit dem Bus hier hochgekommen. Und wir hätten dann nicht in dieses Parkhaus gemusst. Das war unser Feldbergsteig. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir fanden den Weg, also können wir echt empfehlen. Definitiv. Ein paar kleine Steigungen, die auch ein bisschen anstrengend sind, aber im Großen und Ganzen voll gut machbar. Nur trittsicher, das stimmt, das muss man schon sein. Also mit hohen Schuhen oder mit festen Schuhen schon. Wir haben eben jemanden gesehen mit hohen Schuhen. Also eine Person nur. Ja, aber ist ja auch irgendwie logisch, ne? Und ja, vergesst nicht uns zu abonnieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.